das ist es mal gar nicht aber das ist es mal richtig und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ich begrüße euch mit wirklich allerbester laune im kalten grauen norden wirklich mal richtig richtig geiles wetter dementsprechend tausche ich heute das skp gegen den kleinen spatz hier der r8 der wurde auch wirklich lange nicht mehr bewegt befindet sich gerade in der winterpause und da man ja immer einen grund braucht sein auto anzuschmeißen würde ich sagen fahren wir jetzt erst mal gemeinsam zum friseur eine neue frisur und dann zeige ich euch mal was das kleine problemchen an diesem schätzchen ist und warum er jetzt die nächsten vier wochen auf die bühne verschwinden wird es gibt definitiv ein paar sachen die ich an dem r8 wir haben jetzt anfang februar aber bevor der sommer richtig anfängt habe ich ein paar sachen auf jeden fall noch auf meiner kleinen bucket liste die an diesem fahrzeug noch gemacht werden müssen ich hoffe ihr freut euch über weitere 8 videos dass jetzt schon mal ein daumen nach oben da let's go ich fang an reifendruck denn der verliert immer noch luft ich will irgendwie selber im bein gestellt glaube ich erst mal gucken ich habe eigentlich auch schon seit anderthalb monaten neue reifen bestellen wenn ich hier kein druck mehr verliert ihr wisst ja wie das ist da ist ja gar nichts mehr drauf naja los geht ich pack ein bisschen autos und macht daraus ein video ich hab dein bmw umgeparkt das ding fährt echt gut aber hier ist aber noch eine werkstatt da oder was wo sind hier die ganzen azubis du sag mal das ist ja wie in schleswig-holstein hier in dresden keine azubis in der werkstatt licht haben wir auch nicht aber weißt du wer licht ins dunkle bringt der kfz verband schleswig-holstein ich würde gerne einmal kurz um eure aufmerksamkeit bitten und zwar gemeinsam mit dem kfz verwandt schleswig-holstein suchen wir fehlende azubis für das kfz gewerbe da machen wir youtuber uns ein bisschen stark für euch es gibt eine wunderschöne landing page wo ihr euch über alle berufe informieren könnt ob kfz mechatroniker ob nutzfahrzeugtechniker ob system oder hochwolltechniker wir haben alles da könnt euch aus ganz deutschland für die berufe in schleswig-holstein bewerben für die freien ausbildungsstellen egal ob ihr bereits einen job habt oder eine ausbildung abgeschlossen hat vielleicht kennt ihr ja jemanden der etwas jünger ist aktuell noch nicht weiß was er in zukunft machen möchte der kann sich sehr gerne auf der landing page darüber informieren und vielleicht sogar direkt auch noch bewerben ich habe euch die landing page natürlich unten in der beschreibung verlinkt könnt ihr einfach mal draufklicken also startet jetzt genauso motiviert in die neue woche rein wie ich klickt auf den link in der beschreibung jetzt können wir das licht auch wieder ausmachen die erhellung darf ich dir jetzt das mit dresden sagen also wenn ihr nicht so wie ich in sachsen land soll mal gucken ob der lachs überhaupt noch anspringt getriebepumpe auf deutsch gesagt so asozial laut dass einem die ohren hier klappern wenn man den wagen in der werkstatt startet gefühlt viermal lauter als mein rennwagen gar kein kalt start was echt? gibt das nicht heute schon was? ey den haben wir doch vor drei tagen ein bisschen gerappt Tankleuchte darf natürlich auch nicht fehlen 30 kilometer restreichweite ey jährlich jetzt kurz mit Schlangenrohrn irgendwie den CL von Buberg wegbringen weil er irgendeinen technischen defekt hat den man hier natürlich in der mercedes werkstatt nicht hinbekommt ahja langrohrn die lachse rollen so wir müssen mal gucken also ich habe folgendes problem und zwar rutscht die kupplung ein bisschen bei höheren drehzahlen ich weiß nicht ob die richtig adaptiert ist die kupplung oder ob die kupplung tatsächlich einfach rutscht weil sie halt ist das weiß ich nicht ich versuche es jetzt einmal auf kamera irgendwie aufzufangen ohne komplett mit dir in der leitplanke zu laden dementsprechend ich starte jetzt nicht ich baller jetzt nicht komplett man hört es schon relativ gut das was ihr gleich hören werdet ist dass er beim schalten ein bisschen in der drehzahl hoch geht als würde er den gang nicht richtig fassen zu fassen kriegen das ist total verrückt ab zurück in die halle und dann mal auslesen den lachs hör auf jetzt alles kaputt zu machen hey west coast customs mach mal deine mucke aus bitte müssen jetzt auslesen ja freunde es gibt nämlich mehrere adaptionswerte die man bei diesem fahrzeug einstellen kann beziehungsweise zurücksetzen kann wo die ersten male die getriebeprobleme bei dem fahrzeug aufgetreten sind habe ich eigentlich noch tomatensauce vom nudel essen seitdem habe ich ja komplett die gesamte kupplungsflüssigkeit gewechselt die kupplung neu entlüftet zusätzlich den kupplungsgeber zylinder das ist ein ventil je nach elektrischer strömung den druck der kupplung regelt und damit auch den schleifpunkt das habe ich ersetzt adaptieren wir das jetzt gemeinsam können ja mal in die kommentare schreiben ob euer r8 auch zurückrollt wenn ihr an einem abhang steht ist das so ein r8 ding oder also meiner rollt auf jeden fall nach hinten also im getriebe haben wir schon mal keinen fehlercode ich habe jetzt gerade einmal gemacht dass er quasi seinen gangsteller betätigt glaubt tatsächlich ich muss dabei auf der bremse stehen um ehrlich zu sein nicht dass das ding gleich nach vorne schnellt aber ich habe auch die handbremse gezogen schaltet er hier einmal die gänge alle durch man hört auch wie er ganz fleißig nach pumpt wie komme ich denn jetzt an mein laptop hier wieder an schlagen und nachdem wir die grundeinstellungen einmal durchgeführt haben bin ich mal ein bisschen durch die messwertblöcke gegangen korrekten messwertblock für kupplung gefunden und da seht ihr den verschleißindex der kupplung und der verschleißindex liegt laut schöner informationen genau 1000 unter dem soll wert allgemein soll wert nach verschleiß adaption soll sogar 5000 bis 6000 sein aber hier steht höhere werte deuten auf erhöhte abnutzung beziehungsweise verschleiß und setze ich den kupplungsverschleiß jetzt einfach einmal zurück müsste er jetzt eigentlich zurücksetzen wenn ich den motor starte ja 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 macht er irgendwas so ich habe den kupplungsverschleiß jetzt einmal zurückgesetzt jetzt sind wir hier tatsächlich wieder auf 6000 er ist jetzt noch nicht angefahren ich glaube ich drehe um ehrlich zu sein einmal kurz eine hochrunde guck mal was da passiert also es fühlt sich schon ein bisschen anders an als sonst ich fahre jetzt gerade einmal hier im block fahr dann gleich noch mal zwei dreimal auf dem hof an dann lese ich noch mal den kupplungsverschleiß aus du rätst niemals wer gerade am eingang vom schloss mit dem kleinkind im arm stand ach die war das ja in der jacke ne ok dann weiter kupplungsverschleiß auslesen anfahren tut er schon mal wunderbar kaputt repariert oder hier ist jetzt alles gut würde ich so sagen 5800 und 20 das ist soll wert allgemein das ist gut das ist gut okay ja das ist das ja top jetzt gibt es natürlich noch ein problem wenn wir natürlich jetzt richtig geben da ich habe jetzt hier ich bin einmal im block gefahren zwei minuten habe ein paar schaltvorgänge gemacht das ist natürlich nicht mit einem kickdown zu vergleichen es kann natürlich sein dass sich der verschleißindex gleich wieder verändert und dann muss ich auf jeden fall da muss ich safe kupplung machen wenn er sich jetzt wieder verändert ja jetzt wird er richtig kriegen dann aber mach aber auch schon wieder das fenster probieren wir müssen so ein drittel hochhalten dann geht es merkt auf jeden fall dass er deutlich härter schaltet dann knallt die gänge recht gut wird jetzt kein hinter uns starten aus dem ersten ich glaube er slipt ohne scheiß der erste war der sauer der erste war richtig sauer ich kann gerade nicht mehr sagen ob er geslippt hat ich glaube nicht der wagen war eine gefühlte sekunde schneller auf 100 digga also es war gut spaß richtig 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 wir sind jetzt gerade noch mal drauf da da es nimmt gar nichts mehr kunde das ding feuer du noch weiter ich schwöre euch wirklich ohne spaß wir sind eine sekunde schneller auf 100 das ist so heftig oder das ding ist komplett als hättest du auf einmal eine software drauf also ich kann euch auf jeden fall nur empfehlen das kommt jetzt hier als anschluss an die ganze r8 reihe setzt den kupplungsverschleiß neu und adaptiert den joy nachdem ihr an den kasten rumspielt also klar klingt jetzt natürlich so richtig so aber merkst du wie kannst du so dumm sein und das nicht gemacht haben aber es bewirkt wirklich absolute wunder an der stelle nicht wissen wie meine kupplung jetzt die letzten 1400 kilometer seit der reparatur gelitten hat darunter ist der kupplungsverschleiß nicht richtig eingestellt war aber unterm strich würde ich jetzt auf jeden fall sagen wir haben jetzt auf jeden fall schon ein paar schaltvorgänge durch dass man das halt auf jeden fall mal zurücksetzen sollte und adaptieren sollte mit diesen worten freunde lasst gerne ein daumen nach oben da als nächstes video beziehungsweise jetzt demnächst geht es beim r8 weiter mit sauer der schreckt mich doch nicht so geht es beim r8 auf jeden fall weiter mit leistung also mein persönliches leistungsthema nämlich nehme ich das ding jetzt auf die bühne das gleiche was wir beim s6 damals auch gemacht hatten freut euch auf jeden fall mit r8 content geht es jetzt erstmal ein bisschen weiter ganz entspannt Richtung sommer freunde habt einen ganz schönen tag danke kfz verband schleswig-holstein für dieses aggressiv geile placement am anfang bis zum nächsten mal freunde auch reinschauen ach so und gott sei dank muss ich jetzt nicht die kupplung wechseln das war nämlich gerade Teil 1 eigentlich von kupplung ich dachte ich muss den jetzt auseinander nehmen das wäre auch ein bisschen teuer so ich bin es jetzt noch mal aus dem outro dem video gerne einen daumen nach oben wir haben ein verschleiß index einer kupplung von 5677 das ist richtig top alter das ist ja mal geil das wäre doch so geliebt ey alter ich bin so happy gott sei dank nicht kupplung machen ich !" denn